Oder ist es unerschieden? Ich weiß nicht, wie es steht. Ich glaube, Gleichstand. Okay, bis das nächste Tor erzählt. Dass es nirgendwo angezeigt wird. Okay, komm. Kann ich den jetzt halten? Halt den, halt den, halt den. Ne. Ah, es ist doch eine 50-50 schon gerade. Gut, gut, gut. Es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Ah, was ist das? Was ist das? Auch First Try. Elfmeterschießen, Gott. Die Mannschaft ohne Namen. Fortsetzen. Und das war's dann, ne? Ich bin... Ich meine, man sieht keinen Namen. Aber das ist meine Glitch-Mannschaft, die da gewonnen hat. Komm, jetzt will ich das große Ending-Screen. Das Spiel ist abgestürzt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Bild, wo die Mannschaft steht. Aber meine Mannschaft existiert ja nicht. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Das ist eindeutig. Nur das Spiel stürzt dann ab, weil man die Glitch-Mannschaft irgendwie... Ah...